Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgehackt Watch Dogs. The Ramen hat sich hier letztens bei einem CTOS Hack erfolgreich in den Tod bestürzt. Ja, ich dachte er könnte vielleicht eine kleine Mini-Lücke überspringen, aber nein. Was ein normaler Mensch kann, kann Aiden Pierce nicht. Tja, das hätte physische Aktionen bedeutet. Ja, das bringt nichts. Mark! Ich wollte ja auch das hier. Na. Na, ich bin links lang. Ich will jetzt einmal da nur mal gucken. Uh! 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 Ich dachte vielleicht... Hör mit einem LKW Dächern auf! Ich habe vorhin funktioniert. Ach so, du warst nichts. Oder wie? Ich war hier noch nicht. Nein, aber... Ach so. Ich habe mal gesagt, du hast lieber der Bitte da durchgehen nach links. Ja, ich dachte, vielleicht kann man in der Kasse... Anscheinend nicht. Da kommt er so aufs Dach auch nicht rum. Ja, natürlich. Ich muss ein bisschen klettern. Oder sollte man auf den Lift darauf nach oben irgendwie das angucken. Ah! Ja. Ich dachte mir da oben. Wir haben Zeit. Ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Das war... Damit man nicht zerquetscht werden kann. Hat er so einen Sensor. Jetzt. Ich dachte, es macht den anderen hoch. Jetzt verbringt das was? Okay, das war mehr. Das bringt glaube ich nichts. Das war extrem hilfreich. Das war mal raus. Oder kommt jetzt mal nach oben irgendeine Kamera da irgendwie? Nein. Aber da war da da links, links nochmal gucken. Nach oben. das bringt nicht ich glaube das wird nichts das wird aber voll weiß das will ich sehen und da hoch ist grüßt ich bin das grüßt nicht die lift der lichtmeyer von hier was oder auch nicht nein oder da links nach links gucken kamera ecke nur zwei die kamera nach links die oberen noch mal im letzten moment als wüsste er wo man hin will und sagt dann nö jetzt und jetzt haben wir auf diesem gebäude da drüben noch ein ja und da müssen wir mit den lifter ganz außen nicht dem hier sondern da den äußeren das hat ja auch nicht funktioniert oder ich bin einfach nur sofort runter gesprungen da oben vielleicht von da aus irgendwie kamera ist ich komme ja ganz locker mal bin da haben zeit auf dem dach drauf und darauf kommst du nicht aber dachte jetzt vielleicht von hier noch eine kamera und man von hier aus nach dem dach links sie meine kamera hier hier ist mir also gar nichts er muss ja irgendwie kameras da auf der anderen gebäude sind dass man von dort irgendwie irgendwie darauf kommt da oben hier ist wieder eingang am anfang nur das ist wenn wir herausgefunden haben wie das hier geht dann ist der rest leicht da außen und ist da keine kamera irgendwie direkt an der ecke man muss allen ernstes hier draufstehen und kommt er nicht an die kameras und jetzt ja sehr gut okay beim nächsten mal kriegen wir sind das ich dachte jetzt schon willst du spitzergranate werfen und ich oh und noch einmal okay wir finden jetzt erstmal was wie das geht wenn wir das haben dann ist es ja leicht ich bin herrscher totalität ich bin herrscher totalität warte mal ich bin herrscher totalität super wie man nur links und rechts dringen kann ach von da nein echt tada hast du das gut gesehen nach rechts ja ich war auch hier rumlaufen das macht ja nichts gut 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 jetzt haben wir genug Zeit ja so die kamera einmal nach rechts einmal hacken sind einmal nicht die da sondern die da einmal nach rechts hacken raus obwohl ich davon die ausgelistung eigentlich auch gleich die kamera nehmen die die äußerste häuser an kamera nehmen danach oder oder die andere seite nein nein ne 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 der muss doch nicht ruf ach so ach so ich muss ganz hier ran nein zurück huh wuuh quatsch da 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 jetzt na was war grad zu sehen oooh Er hat die äußerste Kamera, nach links, hacken, und ruf da. Also wo man da 5 Minuten für bekommen will, kann ich echt nicht verstehen, ist ja auch was da. Oh, wie wird das nicht weitergeschickt? Irgendwann ist das gespielt. Wir begrüßen für die Dysruption calls auf Tuesday, wenn wir enden unseren Kontrakt mit Raymond Kenney. As a reminder, Ihr Medico Insurance covers Psychiatric Consultations. Wir wünschen Mr. Kenney, ein Steady Recovery, und wir müssen die continueden Importance von Confidentialität zu allen Beliebungen. Auf dem Professor Ray Translation. Mr. Kenney ist batshit crazy, und nicht mehr repeat was er gesagt, wenn Ihr ass ist griff. Ja, da hat sogar recht, dass die US möchte nicht, dass irgendwer irgendwie versucht sie zu behindern an ihren Plan irgendwie, oder sonst irgendwas macht. Ja. So, statt unsere Schwester zu retten, machen wir erstmal ein bisschen optionalen Stuff. Machen wir auch so neuen Stuff, ja, haben wir Zeit. Da wir ja nur regelmäßige Updates haben, aber er hat regelmäßig nicht definiert. Genau. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir machen ein paar Missionen. Wir haben jetzt zwei, drei Missionen gemacht. Zwei, ne? Ja. Der aufregend genug waren erstmal. Erstmal, wenn wir ein bisschen optionalen sind. Erstmal wegwerfen. Genau. Und CTS-Einbrüche machen. Oder auch wieder sehr viel Nettes erfahren. Oh Gott. Oh, das sieht aus. Die ganzen Hightech-Stat der Welt? Okay. Hightech-Stat. Die Windy City der auf der Welt. Chicago, man. Die Windy City. Clown-fetische City. Okay. Hat einen Polizeibeammen angegriffen. Tja, das ist wohl wahr, dass Bloom und CTS immer genug Sachen haben. Ähm. Das ist eine Frage. Sind sie oben? Denk schon. Denk schon. Da irgendwo. Oh, hallo Penner. Früher war... Früher war... Früher war... Früher war das Bußgeld gegen Hausbesetzung. Und wieder Poet. Irgendwie sind alle obdachlosen Poeten und und... Ähm. Huch. So. Ja, das ist ja, wenn man da mal nicht hochklettern will... Dann... Kleider hoch. So. Da haben wir doch. Das war ein Fehler. Ich schraubte auf den Weg. Ich wollte einfach raus. Das ist alles. Wenn ich mich und Abbie... Gott, wie kann ich das tun? Diese Jungen haben überall einen Augenblick. Sie wissen alles. Sie haben mir alle F.F.G. Dinge, ich kaufte auf dem Glockersers. F.F.G. CTOS. Ich kam und sagte, wenn ich es wieder probiere, sie zelnutze meine WIFE. Just so. In eine kleine Ingenieferung über meine WIFE. Ich habe nie erzählt. Sie haben mich. Tja, Maurice, trotzdem hast du einen schweren Fehler begangen, du hättest es nicht tun müssen. Auch wenn sie dich unter Druck gesetzt haben und dir sonst es hätten antun können, du hättest Nein sagen können, du hättest Hilfe, sie holen zu können. Okay, ich dachte, da muss man wirklich ein Bodo hochfahren, oder? Pass mal durch. Du hättest mit A&Ps reden können. So lustig. Und aus der Perspektive... Ich wollte ja einfach nur... Einmal kurz Bötchen fahren. Bötchen treibt ab! Tschüss Bötchen! Unser Freund und Helfer, die Polizei. Die haben wir ja richtig lieb geworden hier. Nein, das musst du jetzt nicht tun. Was ich meine, ich mein Auto. Diesen Style schaffe ich doch nicht! Hey, wir sind ja hier, wo das C2S-Zentrum war, wo ich alles was töten musste, aber es funktioniert! Tatsache! Ich will doch nur zwei nach Straße! Ja, nein weh... Ja, wir sind dieses Ding richtig. ... so lange, du bist zu jung, überhaupt gerade! Neue Güte! Nr der Weg zur Straße 3 und das könnte er nicht sein oder eine neue Wunder abgerollt es hat so hoch meine Heile er schafft das so er hat ja noch bis in die Brücke unterzufahren haben wir nicht sagen so aussieht ob es da so mal hier ist unser auto immer noch auto unser zugeschissen ist ein wort schrampft das muss das schrampft das passt zu uns bei unserem fahrstil ja ich muss die nicht lange durchhalten und gerade fabrik neu wäre und soll mein auto was charakter hat ja das z4 z7 x2 ok das hängt glücklich aus als ich dachte maßfeld so ist doch gleich mal ein verbrechen um die ecke ich weiß aber wenn ich schon mal hier ist meine schlicht direkt davor ist ganz schnell retten kutulu-fan jetzt einmal gehackt 1000 dollar doch du musst jetzt durch einfach durch das vorgehen noch mal ja wir sind in sehr mehr auf der spuren oder begibt momentan keine morde die leichen abgedeckt sind gefunden mason markham fahrgeschäftsbetreuer notorischer klebstoff schnurz kai mit uns hier auf zu dazieren scheiße kai du wolltest eigentlich dahin hallo jetzt gut nehme er den lkw doch nicht doch er sind wo die vielleicht auch ein dach klickern mit seinen sechern dort auf warum kann er denn das jetzt wieder nicht einfahren sei doch ein beton ist sollte die und beton haben ja aber hier wenn wir waren denn auch noch da geht es mit dem bauarbeit ein mann das so da oben ist das zieht aus die die europäische kreis das zieht aus die dass sie das aber das schon mal ein fahrstuhl ein lift und ein basketballplatz jetzt durch den korb gewünscht sind aber die künstler zwangsgeräumt sie wurde zwangsgeräumt ja und organspender vom beruf der klar ja verrückte welt er wird schon noch verrückte jobs oh die sind bis heute auseinander na gucken nichts als die us einbruch so aber fahren gleich runter waren da wie verliert man wertvolle sekunden so ja ich habe jetzt gar nicht ganz oben irgendwas kran schon das ding zu sein das kran hat auch diesen ding da ist also ein kran so ein so ein so ein nee aber ja mein juch ist noch auf dem ort die stehen ein sehr dumme hält einfach keine leitern gehen kann der du dir sie so komisch gelb sind und wir gehen sprosten haben dann jetzt kommen wir hochklettern oder auch nicht aber wir können das jetzt sehen wenn er denn also jetzt muss auch den container den wort runterfahren lassen aber eben hatte er ist doch er hat es doch ja er hat schon längst anvisiert jetzt träger hoch ach jetzt so mal eins ja das ging schnell okay so was bringt nichts das navi ist nur gute straßen nicht für solche missionen ja nun mal irgendwie an dieses video ist dinge auf bau stellen und häfen und so naja wahrscheinlich hat in der region ist 1 dann müsste man theoretisch ja auch den lift nehmen ja so schön jetzt wer reinlegt die lifte sind nicht böse ja das darf man bestimmt kann das mich hin ja nun die treppe es ist doch nicht euer ernst man was machst du denn täuscht uns doch diese endlose treppe oh gott äh boah wir sind ein bisschen da lang halt nehmt ihr Halt nein ahaha ahahahahaha Aaaaaaah haaah haaah Ups haaah 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 Das war's nicht aber auch nur bei dir haaah Du hast mich angestückt denn haaah haaah du hast mich angestückt denn wir machen haaah aber ich wollte mich erst mal umgucken und nur schnell haaah ja ich dachte das wäre alt das tut mir leid warum kann der denn leid nicht rüberhüpfen der dumme Depp haaah 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 Oh nein haaah Aber wie dieses selbst in die luft springt irgendwie immer nur bei dir passiert haaah Ich glaube du wirst Zeit gewonnen haaah 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 Der wird ja mal gut haaah Da NEIN BOOM haaah 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 Einfach nur bei mir ist können Und da rennt er wieder Haaah Ja Ich rennen Haaah 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 Guck mal da links Haaah Siehste deswegen dachte das Ding da wäre das Sprengteil Die sind direkt nebeneinander Dafür konnte ich nichts Das war gemein, das war die kleine gemeine Falle Und der Kamera Warte mal erst mal gucken ob die hier da ist da unten Ok nein Ich glaube wir müssen da rüber hüpfen dann Pst Und noch Da Bei der anderen müssen wir aber glaube ich nur die Container da rüber hüpfen Aber hier rüber hüpfen Sehr schön Wui Wer meine rüber hüpfen kann Ich habe schon was hochfahren können oder so Aber guck mal da links Ach schon Na doch links Noch mal links Links Nach oben Nach oben So Einmal durch Und Da unten müsste es Ähm Achso Warum auch immer sowas in so einem Container versteckt ist aber gut Ach 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 Was ist das? Ist er ein Gras? Ich glaube, er sagt, er sagt so. Ich weiß nicht, dass er ein E-Mail hat, um uns zu verabschieden, dass wir alle mitentwickelt haben und von Anfang an Zweifel ausgesprochen hat und gegen das CTOS war. Der war der Typ, der damals diesen Stromauswerfung besagt hat, wo elf Menschen gestorben sind. Tja. Ja, so, dann war das jetzt meine erste oder meine zweite Folge. Gute Frage. Ich glaube, es war die erste. Ja, dann wären wir beim nächsten Mal. Werde ich dann einen Cash-Wandle zu machen? Nein. Ich wollte so abseits des Weges. Hier, Hafenbehörde. Was ist das denn? Achtgäng, Versteck, Hafenbehörde. Skillpunkt bekommen wir da. Da ist nur Bargeld. Ich hole noch das Telefon, da hole ich mal noch. Wollen wir mal vorankommen damit. Genau. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Gauton. Von eurem Rahmen. Ciao.